Phrase Express hat eine sehr leistungsfähige Zeit- und Datumsfunktion. Hier sehen wir einige Beispiele. Es wird hierbei jeweils das Datum zum Zeitpunkt der Ausführung des Textbausteins ausgegeben. Des Weiteren wird die Kalenderwoche berechnet, Datumsangaben lassen sich in verschiedenen Sprachen ausgeben und auch Zeitverschiebungen berechnen. Entweder nach Stunden, Minuten, Tagen oder Werktagen und dies getrennt von Montag bis Freitag oder von Montag bis Samstag. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie dies programmiert wird. Hier haben wir eine Textbausteinvorlage mit dem statischen Text und einigen Platzhaltern, die wir nun durch Markofunktion ersetzen. Zunächst lösche ich den ersten Platzhalter und wähle aus der Liste der Markofunktion Datum, Zeit. Als erstes soll das aktuelle Datum ausgegeben werden und ich wähle hierzu den Namen Aktuelles Datum. Unter Formatbeispiele kann ich die gewünschte Vorlage auswählen. Zum Beispiel mit Eingabe des Monatsnamen. In der Vorschau sehe ich jeweils die Ausgabe. Ich könnte dies nun unter Format noch ändern. Wenn ich zum Beispiel hier zwei Y entferne, sehen Sie in der Vorschau, dass die Jahreszahl verkürzt eingegeben wird. Eine Übersicht dieser Parameter unter Format finden Sie im Handbuch, das Sie über die Fragezeichen-Schaltfläche erreichen. Das soll für dieses Beispiel reichen. Phrasexpress hat nun den Makroplatzhalter mit dem von mir gewählten Datum eingefügt. Analog verfahren wir nun mit der Kalenderwoche. Ich lösche wieder die Platzhalter und wähle Datum, Zeit. Als Namen vergebe ich die Abkürzung KW für Kalenderwoche und wähle unter Formatbeispiele die Kalenderwoche aus. Diese wird mir in der Vorschau angezeigt. Fertig. Die Kalenderwoche wurde hinzugefügt. Nun soll der aktuelle Wochentag in einer anderen Sprache ausgegeben werden. Ich entferne wieder den Platzhalter und wähle Datum, Zeit und tippe zum Beispiel Weekday ein. Nun wähle ich unter Region die gewünschte Sprache. In dem Beispiel war das Englisch. Es gibt hier noch verschiedene Varianten, zum Beispiel Canadian English oder Great Britain English. Wir wählen mal USA aus. Da. Nun kann ich in der englischen Sprache den Wochentag auswählen. Fertig. Zuletzt haben wir noch eine Zeitverschiebung. Und zwar möchte ich das Datum in neun Werktagen, und zwar von Montag bis Freitag, ausgegeben haben. Das eignet sich zum Beispiel zur Definition von Zahlungszielen oder dergleichen. Ich entferne wieder den Platzhalter, wähle Datum, Zeit und wähle als Namen etwas Beschreibendes plus neun Werktage. Zunächst wähle ich das gewünschte Ausgabeformat, zum Beispiel dieses hier. Und nun kann ich sowohl die Zeit oder hier in dem Fall das Datum zeitlich nach vorne oder nach hinten verschieben. Die Basis sehen Sie in der Vorschau, das ist der 12.8. Und wenn ich nun das Datum verschiebe, sehen Sie, wie das in die Zukunft wandert. Nun kann ich noch auswählen, ob es um Tage, Werktage von Montag bis Freitag oder bis Samstag, um Monate oder Jahre verschoben werden sollen. In diesem Beispiel wählen wir Montag bis Freitag. Falls Sie sich übrigens um Uhrzeiten handeln sollen, können Sie diese hier noch zusätzlich auf volle 15 Minuten, 30 Minuten oder Stunden runden. Beim Datum kommt das natürlich nicht zum Einsatz. Fertig. Fertig.